Yo Leute und herzlich willkommen zu diesem Client Showcase, was vielleicht etwas zu spät kommt, beziehungsweise, naja, es war meine eigene Entscheidung, das am Sonntag nicht zu machen. Auf jeden Fall wird die Sache trotzdem genauso abgezogen, wie ich es schon mal in einem Video angekündigt habe, nämlich, dass der Client einmal Giveaway wird und das wird dann am nächsten Advent aufgelöst und da wird dann auch wirklich das nächste Client Showcase kommen. Das kommt dann jetzt, wie gesagt, ein bisschen unpünktlich, aber kann ja auch relativ egal sein. Erstmal zum Alt-Login, ganz normaler Alt-Login, ohne Copy-Paste-Login, was mich ein bisschen stört. Ich denke, der Musik-Button ist, um die Musik auszumachen, aber da ich eh so gut wie nie mit Minecraft-Sound spiele, höre ich die gerade nicht und an den anderen Menüs, wo es auch nicht weiter mehr verändert, außer dass halt diese Font überall los sind, diese Buttons. Und dann sehen wir uns gleich erstmal im Game. Wenn man dann erstmal in Game ist, sieht man die viel zu große Watermark, die mich leicht triggert, aber naja, es gibt bestimmt Leuten, die die Art von Design gefällt. Die Raid ist gefällt mir ziemlich gut. Sie ist zwar nicht groß anders als die meisten, aber irgendwas ist auf jeden Fall an ihr anders und zumindest gefällt sie mir. Man muss ja auch nicht unbedingt sagen, was einem woran gefällt und sagen, dass es eins gefällt, dass es einem gefällt. Und dann gibt es auch noch zwei Tap-Gy-Themed. Erstmal hier das ganz normale und dann Tap-Gy-Future. Und das sieht dann so aus. Er hat zwar nicht beachtet, das dann weiterzumachen, beziehungsweise hier halt, aber ich denke mal, das wird er noch machen, weil er es wahrscheinlich selbst nicht bemerkt hat oder so. Auf jeden Fall finde ich die Tap-Gy so an sich schon mal ziemlich nice und so würde ich die auch eigentlich immer anlassen, einfach nur ohne sie zu benutzen, weil ich eh nie Tap-Gy benutze. Das ist dann das Gy, das saved noch nicht, beziehungsweise denke ich mal, dass er das noch bis zum Release machen wird. Es gibt ganz normale Settings im Gy, die klickt man dann nur einmal an und dann hat man die Settings halt und das hat man dann auch schon direkt oben gesehen mit dem Open Info und so weiter. Und ja, dann sehen wir uns gleich erstmal in-game. Wir spielen dann jetzt einfach erstmal eine Runde QSG und danach zeige ich die ganzen ESP-Modes, die man hier auch schon sieht. Die sind etwas besonders. Der hat den Shader ESP von der 1.9 so ziemlich überall benutzt. Er hat einmal einen ganz normalen Minecraft ESP und einen Chest Shader ESP und einen Item ESP hat er damit auch noch gemacht. Und die Killaura ist wohl ziemlich das Beste am Client. Die gefällt mir richtig gut. Es ist mal wieder so eine Sache, dass ich eh eigentlich in jeder Review sage, dass mir eine Killaura gut gefällt. Zumindest sind sie auch in den meisten Clients einfach auch ziemlich gut. Aber der Client sticht wieder so ein bisschen heraus, genauso wie Livelle. Ich habe zwar noch nicht auf Rewe gesehen, die Killaura, aber da soll es auch eine ziemlich gute Multi-Aura geben. Und man sieht auch schon, der Speed funktioniert super mit der Killaura zusammen und der Speed setet auch kaum back, was mir ziemlich gut gefällt. Und es hat mich bei den letzten Grommaspeats... Ah, außer bei Teppichen natürlich. Es hat mich bei den letzten Grommaspeats ein bisschen abgefuckt. Und ich habe gerade mal ein Standbild. Das ist so ein Problem bei mir mit einem Client, dass ich manchmal Standbilder bekomme. Aber das liegt weder an meinem PC noch am Client tatsächlich. Weil ich habe Michael den Client einmal testen lassen. Und es gab natürlich auch schon andere Client-Tester vorher. Und die halten alle diese Lags nicht. Das wundert mich halt jetzt ein bisschen, weil ich einen ziemlich guten PC habe und dann eigentlich erst recht keine Lags haben sollte. Aber naja, man hat hier gerade schon mal ganz gut gesehen, wie unglaublich nice und smooth die Killaura vor allen Dingen ist. Das gefällt mir alles ziemlich gut. So, dann zeige ich einfach gerade mal, weil wir jetzt aufs Deathmatch warten müssen, die ganzen Chest-ESPs. Nimm ich einmal den ganz normalen Chest-ESP. Ist eigentlich genau der gleiche wie Insane, fällt mir gerade mal auf. Dann gibt es den Item-ESP, wo ich schon drüber gesprochen habe. Das ist dieser Minecraft-Shader-ESP, nur halt auf Items. Der gefällt mir ziemlich gut. Wir gehen auch gerade mal kurz durch Blöcke, um den zu sehen. Der gefällt mir wirklich richtig gut. Man sieht hier, das achtet so ein bisschen auf die Texturen. Und deshalb hat das halt so Regenbogen-artig bei dem Bogen geschienen. Weil, ola, da wäre ich gerade fast gestorben, weil ich einfach meinen Suite nicht angemacht habe. Egal, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Da wir gerade hier in der Lobby eh warten müssen, kann ich die anderen ESP-Mods zeigen. Nimm ich einmal den Box-ESP, beziehungsweise so ein 2D-ESP. Dann einmal, ich mache auch schon mal den Item-ESP aus, den normalen Storage-ESP, der ein Outline-ESP ist und damit auch alle Storages anzeigt. Dann gibt es noch einen Rewi-Chest-ESP, den ich jetzt hier gerade auf GOMO schlecht zeigen kann. Der zeigt halt die Rewi-Chests an. Dann gibt es noch einen normalen Outline-ESP für Spieler. Also der aus dem Storage-ESP sozusagen, dann halt nur für Spieler. Und dann gibt es noch den Minecraft-ESP, worüber ich auch schon gesprochen habe. Der ganz normal aus 1.9, halt auf Spielern anstatt auf Kisten und auf Items. Der Shader-Chest-ESP, den habe ich ja schon gezeigt. Den SG benutze ich ganz normal. Und den Get-Down-ESP, der zeigt die Blöcke, den habe ich gerade auch schon mal angesprochen. Und dann gibt es noch den BAT-ESP und den GOMO-ESP. Man sollte da vielleicht schon in einem Name-Tag so einen GOMO-Kopf sehen. Mit dem spielen wir jetzt auch einfach mal, weil er mich gerade eh... Ach man, immer so unglaublich wunderschöne Features. So, einmal kurz Sachen kaufen. Und da ist auch schon der erste GOMO, der zu unserem BAT rüberkommt. Und wir bauen ganz kurz mal das hier zu. Und kaufen uns auch noch Rüstung und so weiter. So. Ähm, was versuchst du? Ah ja, ah... Oh wow, er hat das genauso wie ein G-Safe mit den Kreuzen auf den Augen gemacht. Oh Junge. Mann. Dass mich sowas überhaupt zum Lachen bringt. Das bringt mich so direkt zum Schämen. Das bringt mich so leicht zum Lachen. Und das ist auch so leicht traurig direkt. So, tschüss. Ähm, fucker, müssten wir gleich auch einmal beinden, um zu gucken, ob es geht. Der Client hat genauso wie Necrum noch keinen Scaffold Walk. Also benutzen wir Safe Walk. Was auch ganz normal geht. Also einfach so gedrückt halten. Und dann baut man sich eigentlich auch ganz gut. Und vor allen Dingen, so geht es noch schneller. Vor allen Dingen, dass das auch noch Bypass ist. Ziemlich nice. So, äh, kurz eine Spitzhacke kaufen. Da der hier sein Bad Protected hat. Und dann gehen wir auch gleich auch noch auf Review, um die Killer Radar einmal zu testen. Vielleicht gehen wir dann einfach, ja, wir gehen dann einfach eine Runde Get Down, um den Get Down ESP zu zeigen. Und dann spielen wir halt noch eine Runde Deathmatch, um die Killer Radar da zu zeigen. Hört sich eigentlich nach einem ganz guten Plan an. Erstmal muss ich hier den Block... Oh, der hatte ja jetzt nicht allzu viel Leben, würde ich behaupten. Wir testen gleich auch einmal Fucker aus, habe ich jetzt ganz vergessen. Wir kaufen einmal kurz ein bisschen was zu essen, weil es vielleicht ein bisschen wichtiger ist. So, und dann gehen wir zu dem Typen mit einem Mitte-Namen. Wunderschön, Save-Force kurz auch machen. Auch wieder so schräg bauen, geht schneller. Und noch ein bisschen gerade. Ja, wir sollten eigentlich so ganz gut ankommen. Oh, wir sind schon da. Sehr gut. Ähm, na? Eigentlich schon niemand hier tatsächlich. Jetzt testen wir auch einmal kurz den Bad Fucker, ob der durch Blöcke geht. Ich bezweifle es einfach mal. Macht der keine Schlaganimation? Vielleicht macht der Bad Fucker auch einfach nur... Ja, naja, er hat es einfach so gemacht, als keine Blöcke mehr waren. Das ist ziemlich praktisch, weil auf Gomme ist das immer noch immer so ein bisschen fragwürdig, ob das durch Blöcke geht. Wow, da bin ich gerade fast runtergefallen. Ob das durch Blöcke geht. Und anscheinend hat der den Bad Fucker einfach auf Gomme so gemacht, dass er halt nur nicht durch Blöcke schlägt. Was schon mal ganz nice ist. Ich habe gerade übrigens wieder ein Standbild. Wow. Ich habe das halt gerade die ganze Zeit nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob bei euch auch ein Standbild ist. Warum dass ich den gerade eigentlich wegkomme? Das wird so viel mehr Arbeit sein. Egal. Erstmal zu seinem Bett gehen. So. Ja, das geht nur nicht durch Blöcke. Finde ich sehr nice, dass er das so eingebaut hat, weil das habe ich mir bei schon vielen Clients gewünscht, dass man das einbaut. Und, ja. Oh Gott, ich habe auch selber einen Gomme-Kopf. Wir sehen uns dann gleich in der Runde Get Down auf Revi. Da ich es ein bisschen unnötig fand, eine ganze Runde Get Down zu spielen mit dem Get Down ESP, zeige ich jetzt einfach nur mal kurz den Get Down ESP. Der sieht wie gesagt so aus. Man sieht die Blöcke halt überall. Und den werde ich dann jetzt gleich auch erstmal ausmachen. Bei den Settings, merkt euch übrigens, ist es unnötig, die die ganze Zeit anzuhaben. Das bedeutet einfach nur einmal Revi anmachen und dann wieder aus. Das reicht vollkommen. Und dann sehen wir uns gleich in irgendeiner Runde auf Revi. Betahit ist übrigens eine andere Hit-Animation. Die sieht man jetzt bei meinem Arm nicht. Aber egal, ich mache die mal aus, weil ich die eh nicht so schön finde. So. Revi ESP. Revi Chest ESP meine ich. Oh, der sieht genauso aus wie der Get Down ESP. Egal, es sind nicht allzu viele Leute in der Runde. Also spielen wir die jetzt einfach mal zu Ende. Und ich habe noch Save for Gun. Das ist schon mal super. Okay, wir gehen einfach irgendwo zu einer anderen Kiste. Wunderschön. Oh, spawnen tatsächlich noch immer NPCs auf Revi. Warum auch immer. Egal, da hinten ist noch... Ach, egal, wir brauchen keine Kiste. Wofür eine Kiste? Ich zeige gleich auch einfach mal die Speed-Modes. Aber erstmal, der Speed-Mode funktioniert hier, die Treppen hoch nicht. Insgesamt funktionieren, dass die Treppen hoch öfters nicht. Aber, naja. Wir gehen dann einfach mal normal hoch. Na, warum tötet ihr euch denn gegenseitig? Bleiben weniger Kills für mich übrig. Ist eigentlich schon ziemlich unfair. So. Hier ist übrigens der Speed-Eimer auf lange Strecke. Ist ziemlich schnell. Ich denke mal, es geht aber noch schneller für das neueste NCP. Naja, ist ja nicht das neueste NCP, aber halt für NCPs insgesamt. Das sind einmal die ganzen Speed-Modes. Für diese ganzen Server hat er halt Speeds. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch den B-Hop für NCP. Und den Gommel-B-Hop, der halt immer für das neueste Gommel-Anti-Cheat ist. Und dann suchen wir einfach mal jetzt die anderen Gegner. Was ein bisschen schwer werden wird, weil die Möp ein bisschen groß ist. Aber egal. So. Gucken gleich auch nochmal, was wir noch vom Client zeigen könnten. Was ich noch nicht gezeigt habe. Beziehungsweise. Hat der Client eigentlich. Doch, er hat den Venturi-Move. Ich habe mich gerade nur gewundert, weil ich im GY nicht laufen konnte. Naja, das haben mehrere Clients nicht. Ich frage mich auch, warum, aber... Kann uns ja egal sein. So ein Kompass wäre eigentlich echt ganz praktisch. Oh nein, natürlich. Wir gehen einmal nach draußen, um da nach Leuten zu suchen. Dann ist jemand in der Stadt, wenn wir schon komplett fertig sind eigentlich. So. Hey, na? Ach, das fahrt er vor allen Dingen auch gar nicht. Dann kriegen wir gleich direkt noch einen zweiten Kill. Finde ich auch. Oh, die haben das hier in der Mitte zugemacht. Von Rehwi aus. Oh Leute, wie viele Leute da sind. Oh, das wird sehr schön. Oh mein Gott. Ja, das könnte... Ich müsste gerade ein bisschen tryharden, weil ich die outrangen musste. Hatte ja ein bisschen wenig Leben. Und wieder B-Hop anmachen. Ach du Scheiße, ich renne einmal kurz weg. Wunderschön. Kurz was trinken. Wieder Kill lauren machen. Ja, das wird richtig spaßig. Junge, mit denen hätte ich die Lags wenigstens nicht, ne? Nein. Er hat ernsthaft noch gewonnen. Oh Junge, ich habe so viel Aids bekommen. Ich hätte die ganze Zeit einfach nur was essen müssen und was... Egal. Wir sehen uns gleich in einer Runde bei Dwarfs wieder. Ich lasse das jetzt so drin, auch wenn ich gestorben bin. Was mich gerade wahrscheinlich sogar viel mehr belastet als euch. Also, hey. Was mir gerade auch nochmal aufgefallen ist, bei dem Speed kann man das mit der Maus lenken. Eigentlich steuert man die immer nur mit so D und halt mit Sidesteppen. Aber wenn ich gerade mal hier versuche, das bewegt das halt kaum den Speed und das geht halt nur mit der Maus, den so zu bewegen. Wollte ich gerade mal erwähnen, weil ich das ganz cool fand, weil das kein anderer Client so macht. Ich denke mal, ich finde es sogar wahrscheinlich eher schlechter, aber falls Leute das gut finden. So als Zeitinfo. Übrigens hat der Client auch noch Module wie Airjump, das ist halt der Doublejump, der früher aufkommen immer gegen einen Reverse Step, der halt... Ups. Einmal so aussieht. Immer wenn man Step... äh... Blöcke dann runter geht, Step ist halt runter. Dafür checken die meisten Anti-Cheats nicht, was bedeutet das Bypass eigentlich fast überall. Aber naja. Ich fand das Modul früher mal ganz praktisch, aber wenn man eh keinen Step hat. Was man halt auf Revy nicht benutzen kann. Auf Gomma ist das glaube ich ein bisschen eine andere Sache. Äh, dann ist es eigentlich eh egal. Aber trotzdem gibt es das Modul auf jeden Fall. Der Shopkeeper ist, denke ich mal, das Modul, das wenn man geschlagen wird auf Gomma, dass man den Shop trotzdem offen behält. Ich denke es zumindest. Ich weiß es halt nicht genau. Ich mache es auch mal wieder zu. Terrain Speed ist Fast Leather und für Ice Speed. Und dann gibt es halt noch einen Eggfucker für Eggwars, falls den Game-Mode jemand kennen sollte. Und einen Glide, einen Fly und Suit ist halt um schlechte Potions wegzubekommen. Und Nofall und Jesus und so weiter halt auch noch. Kann ich nur alles nicht zeigen. Nur ich erwähne immer so meistens die ganzen anderen Module nicht. Dieses Mal habe ich es mal getan. So, kurz ein paar Sachen kaufen. Übrigens auch mal Badfucker gleich binden. Beziehungsweise jetzt einfach. So, perfekt. Wir haben uns schon wieder einen Kuchen gekauft. Wie schaffe ich das eigentlich immer? Einen Spitzhacke kaufen. Und warten wir noch auf eine bessere Rüstung. Nah. So, und Scaffold Walk. Oh lol. Warte mal. Die Frage ist, geht der Scaffold Walk eigentlich? Ja, er geht. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Weil eigentlich geht auf NCP fast jeder Scaffold Walk. Oh. Er ist selber runtergefallen. Das würde ich einen Vollprofi nennen. Badfucker geht auch perfekt durch. Und ich muss mal kurz die Partikel bei der Killer rausmachen. Weil die mich noch mehr zum Lacken bringen im Client. Und das anscheinend irgendwie auch schon so jetzt fast dauerhaft gemacht hat. So. Der Scaffold Walk gefällt mir sogar ein bisschen besser. Aber dass so ein Expand 1 Scaffold Walk ist und trotzdem Bypassed. Weil es platziert halt die Blöcke ein bisschen vor einem und nicht hinter einem. Badfucker. Oh lol. Ging sogar durch Blöcke. Das ist mal was bisschen Neues tatsächlich sogar. Auf Revi zumindest. So. Noch irgendwas, was man zeigen könnte, bevor ich die Review beende. Eigentlich nicht. Ne. Auf REN DMC würde ich ja gerne spielen. Nur der Server ist glaube ich sogar noch immer offline. Ich müsste eigentlich demnächst mal gucken. Weil ich dann sonst auch mit Komplexer drauf spielen könnte. Weil der Client halt ein Fly dafür hat. Einer. Also die Kill Aura ist schon ziemlich gut. Würde ich behaupten. Auch jetzt auf Revi. Auf Kom habe ich ja eh schon gesagt, dass sie total gut ist. Und wir kaufen uns gerade mal ganz kurz neue Sachen. Beziehungsweise halt neue Blöcke. Und dann sind wir auch schon nur noch die letzten drei Leute. Ach. Weiß ist auch ein Team. Dann sind es vier Leute. Wow. Das habe ich irgendwie komplett ausgeblendet, dass es die Farbe weiß auf Revi gibt. Das Bett gibt es auch nicht mehr. Ah ne. Das ist nicht Farbe weiß. Das ist blau. Ich dachte nur. Tower hat der Client noch nicht. Ist mir gerade auch nochmal eingefallen. Beziehungsweise wenn er einen hat, hat der Typ mir gesagt, würde er nicht funktionieren. Ich kann gerade kurz mal gucken. Nö. Gibt es glaube ich noch nicht. Wenn nicht, habe ich es übersehen. Ach ja, den Long Jump. Den habe ich ja komplett ausgelassen. Egal. Werde ich jetzt mal noch in den letzten paar Minuten öfter benutzen. Den Long Jump. Und dann sollte es auch passen. Und ich habe das Bett mal wieder hier durch Blöcke schon von außen zerstört. Was mir auch schon wieder sehr gut gefiel. Und der letzte geht gerade mal zum Bett. Ich will aber eigentlich das letzte Bett haben tatsächlich. Mal gucken, ob ich es noch bekomme. Na, schade. Ein bisschen zu langsam. Wird es fast noch vorher durch Blöcke zerstören können. Das ist eigentlich, denke ich mal, der letzte. Da konnte ich den Long Jump nicht so viel zeigen. Aber ist ja auch vollkommen egal. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Review gefallen. Und um das Gewinnspiel jetzt beizutreten, müsst ihr einfach ganz normal in die Kommentare schreiben. Von der Client Review halt. Ich glaube, ich werde das nächstes Mal beim nächsten Advent ein bisschen anders machen mit der Verlosung. Aber bis dahin wird es erstmal noch so gemacht. Was bedeutet einfach irgendeinen Kommentar in die Kommentare schreiben. Es bringt übrigens nichts zu Spam. Das wird halt komplett aussortiert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Der Client ist ab jetzt dann auch im Shop und in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann morgen bei einem Let's Egg wieder. Haut rein. Ciao.